Die Belohnungen für den Abschluss der Anfängerstrecke, einer von vielen am Flugplatz, bleiben durch einen Fehler aus und der zuständige Reto weiß nicht, was zu tun ist. Du hast rechtzeitig die Belohnung für alle Teilnehmer am Anfängerkurs gefunden. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass nun jeder seine Belohnung bekommt und niemand enttäuscht ist. Noch mehr, mehr, X... Können wir noch was machen, können wir noch was machen? Nein? Was gibt's hier? Yay! Zeitlimit? Ging das da alles? Ich weiß nicht, ob ich das will. Oder kann. Oder können will. Was ist denn hier unten? Immer noch Link, ne? So viel Zeug, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ist das Problem. Für die Hauptstory bin ich aber auch noch nicht wirklich bereit, da weiter zu machen. Und dafür ist mir das Feld hier noch viel zu voll. Mich frustriert aber irgendwie, dass ich keine Sportlinge finde. Und diese Prinzessin in Enzian hier fehlt. Haben wir doch... Haben wir den irgendwoher bekommen? Nicht hierher. Training bei der Gartenarbeit. Um deine Schwerttechnik zu verbessern, wird dir aufgetragen, Gras zu schneiden. Deine Schwerthebe sollen so präziser werden. Begib dich ins Grasland und unterbringe dir einen Beweis deines Trainings. Dank des Trainings schwingst du dein Schwert nun entschlossener und geschickter. Du spürst, dass du geübter daran geworden bist, eine Klinge zu führen. Link hat ein Yps mehr. Das ist ein Dankeschön von den Bewohnern des inneren Hyrule erhalten. Gras, Ei, Milch, Ziegenbutter. Cool. Cool, cool, cool. Was ist denn... Ja... Hauptgegen, ist das alles Sparring hier, oder was? Es fehlt immer noch die Fleischkeule. Wie kann das die Fleischkeule fehlen? Das ist albern. Fischfang per Lanze. Lanzentraining bringt beim Fischfang. So stockt man Essensvorräte auf und lernt gegnerischen Schwachstellen exakt zu treffen. Fange die vorgebenden Fische und bringe sie dem Ausbilder. Du hast dem Ausbilder die Fische gebracht und der Fischfang hat dein Geschick verbessert. Die Fische wurden zubereitet und gemeinsam vom Ausbilder alle Schüler und dir verspeist. Ja, wenn ich Link mal ne Lanze in die Hand gebe, dann könnte das nützlich werden. Aber wann wird das mal passieren? Die Verteidiger von Hateno. Um bereit für die Verheerung zu sein, hat sich die Jugend von Hateno zu einer Verteidigungstruppe zusammengetan. Hilf ihnen, indem du ihnen eine kleine Erfrischung bringst. Das ist eine kleine Erfrischung? Bist du dir das sicher? Alle waren höchster Freude über dein Geschenk. Nun musst du noch härter trainieren, damit du selbst nicht hinter den anderen zurückbleibst. Musst du mich eigentlich verarschen? Ich mach einen zu und es geht ein weiterer auf. Okay, zum Glück fehlen uns da zwei blaue. Ich habe es geschafft! Du hast Zutaten aus jeder Region gesammelt. Im ganzen inneren Hyrule warten Köche auf ein bisschen dieser Delikatessen. Man darf gespannt auf viele neue Rezepte sein. Yay! Der Schlaf einer Prinzessin. Prinzessin Zelda kommt ihrer Pflicht nach und begrüßt Besucher vom Wald her. Doch der Stress scheint sie nun um den Schlaf zu bringen. Vielleicht kannst du ihrer Zofe ein Hilfsmittel verraten. Frostkraut. Klar. Schläfer sie ein. Was soll das denn? Ich darf keine Last sein. Du bist viel zu hart zu dir. Ich darf keine Last sein. Hallo? Mädel! Warum? Das Räucherwerk in Zeldas Schlafzimmer ließ sie so gut schlafen wie lange nicht mehr. Du solltest weiter mit der Zofe die Wirkungen von Räucherwerk erforschen. Ja. Ja. Schon mal erwähnt, jetzt wo ich alleine wohne, kann ich Räucherkerzen anmachen, ohne dass sich jemand beschwert. Hehehehe. Ich kann mich gar nicht entscheiden, welche zuerst. Zelda wird langsam zum Herzchen-Tank. Prinzessin mit Herz. Diese Sprutlinge gehen wie gewaltig auf den Senkel. Keine Treffereinsteckung, keine Heil-Items. Ach du heieiei. Ich meine, es bringt ja nichts, wir müssen früher oder später mal da ran. Jo! Mach was immer diesen Bogen stärker macht. Ist das ein Einhänder? Ich hoffe einfach mal. Sortiere das mal bitte nach den Angriffswerten. Danke sehr. Ja. Mhm. 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 Tu es. Es gefällt mir an sich ganz gut. Ich frage es, bekommen wir es noch besser hin? Mhm. Mhm. Ja, naja, ja, wird schon. Ich dulde das mal. Ich dulde das mal. Ja, das mit dem Schleim ist aber auch bekannt. Ja, das mit dem Schleim ist aber auch bekannt. Sechs-Story-Missionen, zwölf Parallel-Missionen und vierundvierzig. Klein-Vieh haben wir schon erledigt. Äh, will ich wissen wie viel es von den ganzen insgesamt gibt? Bestimmt nicht, oder? Da gibt es bestimmt einen ganzen Eimer voll. Drei ganze Eimer. Hier bin ich! Also dann! Und jetzt! Und Schmetterangriff! Nehmt auf! Der Sieg geht auf mein Konto! Hihi! Weiter geht's! Ja, du fliege doch hier! Hör auf zu zappeln! Mir fällt euch das! Hihi! Ein Vomel mit Stil! Hier ist Schluss! Oha! 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 Sieht für eine Sekunde immer aus als würde er vorher speien! Der Sieg geht auf mein Konto! Hallo! Und tschüss! Und zerschmetterling! Das war abzusehen, dass es so ausgehen würde. Mir ist tatsächlich nichts und niemand gewachsen. Ich meine, wenn man alles stehen und liegen lässt, das ist kein Problem. Hast du schon recht. Wenn man jetzt das Level nochmal machen würde, könnte man den Rest mitnehmen. Aber beim ersten Mal ist mir das zu stressig. Da mache ich immer schnell und gut ist. Jawollo! So richtig wissen wir aber immer noch nichts mit diesen ganzen... Warum ist der so grün? Gibt es hier diese Fleischkeulen? Es gibt eine ganze Menge Fleischkeulen. Die Frage ist, gibt es diese Fleischkeulen, die ich meine? Ich meine, du musst ja so. Warum sollte es sonst so grün leuchten? Dementsprechend sollte ich vielleicht mal noch die Sportlinge hier gleich dazu holen. Oh wirklich? Hier? Dein Ernst? Los! 57. Buss? 1 40